Hi, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gucken wir uns mal an, wie man ein Laufband relativ gut entkoppeln kann, damit sich der Trittschall nicht im ganzen Haus verbreitet oder gegebenenfalls auch eure Nachbarn nervt oder auch euch selber nervt. Wenn ihr das Laufband im Keller stehen habt, ist es eigentlich nicht so ein Problem, aber sobald ihr es auf irgendeiner Etage habt, dann wird das Problem schon größer und falls ihr in der Mietwohnung wohnt, wird es noch etwas größer. Also ich sage mal, es gibt kein Laufband, was keinen Trittschall hat, weil ihr ja da drauf bouncet und dieser Schall überträgt sich dann über den Untergrund im Prinzip auf das ganze Zimmer, auf die ganze Wohnung weiter. Wenn ihr so ein Laufband kauft, dann wird euch empfohlen, so eine Matte drunter zu legen, aber die ist eigentlich nur, um den Untergrund zu schonen. Die schluckt ein bisschen, aber die schluckt nicht viel. Wir haben jetzt unter das Laufband diese Konstruktion gebaut. Wir hatten auch zuerst hier so eine Anti-Vibrationsmatte drunter. Die ist so dick, ist im Prinzip wie diese Matten für, sag mal schnell, für Waschmaschinen. Aber die hat natürlich nicht sehr viel gebracht. Deswegen, die kann man übrigens als Meta-Ware wunderbar bestellen bei Amazon, bestimmt auch woanders. Ich habe sie über Amazon bestellt, dann habt ihr das nicht mit diesen einzelnen Stücken, die darunter liegen und so. Ich fand das einfach praktischer, da eine durchgehende Fläche darunter liegen zu haben. Nun ja, das hat nicht richtig funktioniert und deswegen haben wir eine andere Lösung gesucht und ich habe mich da mit einem Akustikunternehmen unterhalten. Und die haben uns diese Absorbationsplatten aus Schwerschaum empfohlen. Das sind hier, ist hier diese, diese hohe Platte. Ihr seht, die ist ein bisschen, gibt die nach, aber die ist unglaublich dicht. Also dieses, dieses, ja, Schaumstoff oder was auch immer, das ist sehr, sehr eng gepresst und wird auch zum, für, 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 ja, zum Schallschutz, für Konzertsäle und so weiter genutzt. Und die nimmt jede Menge raus. Also da hört ihr, wenn ich jetzt hier laufe und mache dann die Türe zu, höre ich in den anderen Zimmern nichts mehr vom Laufband. Was ich super gut finde. Das heißt, meine Nachbarn hören auch nichts. Es hat zumindest noch nie einer was gesagt. Wohingegen, wenn ich hier auf meinem Rollentrainer sitze, dann hören die das. Weil diese Vibration, obwohl die auch hier auf so einer Konstruktion steht, diese Vibration überträgt sich trotzdem nach wie vor auf den Boden und somit dann auch auf den Rest vom Raum. Und das kriegen meine Nachbarn mit. Da werde ich auch noch so eine Matte drunter machen, weil das Brett habe ich ja schon. Ihr seht hier unten, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, da habe ich auch so eine dickere Waschmaschinenmatte drunter. Aber selbst die hält es nicht richtig ab, diese, diese Schwingung von diesem Rollentrainer. Und da werden wir auch noch so eine Konstruktion, dann haben wir es schön einheitlich drunter machen. Ja, auf diese Schallschutzmatte oder Schwerschaummatte kommt noch eine circa zwei Zentimeter dicke Sperrholzplatte. Weil sonst wird das, wird das Gerät da einsinken und diese zwei Zentimeter Sperrholzplatte, die hält das gut aus. Wir haben noch Teppichfliesen draufgeklebt, weil ich es einfach schöner finde und somit haben wir halt eine ideale Entkopplung jetzt vom Laufband zur Wohnung. Was ganz wichtig ist, ihr müsst gucken, dass diese Konstruktion nicht an eine Wand kommt irgendwo. Also müsst ihr so ein, zwei Zentimeter von der Wand weg sein. Und ihr müsst gucken, dass ihr hier nichts drum macht. Wir hatten ja jetzt überlegt, hier einen Winkel drauf zu machen. Das werden wir vielleicht auch noch machen, aber der wird dann auch nicht bis ganz unten gehen. Denn sobald das dann wieder irgendwie Kontakt zum Boden hat, würde sich die Schwingung wieder übertragen. Wir sind super zufrieden mit dieser Konstruktion. Ja, sie ist nicht ganz günstig. Sie kostet so, gut, ich weiß jetzt nicht, wie die Baustoffpreise jetzt sind, aber damals haben wir, glaube ich, so um die 250 Euro bezahlt. Wir haben die Platte von der Länge her eigentlich auf unser Laufband zuschneiden lassen. Sie steht rechts und links ein bisschen über, weil die Schwerschallplatte, die Schaumstoffplatte, die hat, ich glaube, einen Meter Breite. Wir wollten da auch nichts schneiden und haben die auch in der Länge dann zwei Meter gekauft. Und so ist das Ganze wirklich super entkoppelt. Was auch noch ein Vorteil ist, finde ich, sie gibt es minimal nach und federt so ein bisschen dann auch euch noch ab. Ich meine, das Laufband an sich federt ja eigentlich auch, aber es ist dann so ein noch schonenderes, gelenkschonenderes Laufen auf dem Laufband. Und wie gesagt, meine Nachbarn haben noch nicht einmal irgendwas gesagt, wenn wir am Laufband sind, aber sie sagen jedes Mal, oh, warst du wieder auf dem Rollentrainer? Also den hören sie immer. Und von daher gehe ich mal davon aus, dass das wirklich eine ideale Entkopplung ist. Wie gesagt, in der Wohnung höre ich gar nichts mehr, wenn ich die Türe zumache. Selbst wenn mein Sohn läuft und der läuft schnell, der läuft mit einer dreieinhalber Pace. Das heißt, das Ding ist dann schon richtig in Action und selbst da kriegt man nichts mehr von mit. Wo ihr natürlich auch drauf achten müsst, ist, dass eure Deckenhöhe hoch genug ist für diese ganze Konstruktion, damit ihr dann nicht mit dem Kopf an die Decke knallt. Aber in einem normalen Zimmer ist die Deckenhöhe, selbst mit dieser Unterkonstruktion, die hat jetzt ungefähr sechs, sieben Zentimeter Höhe, ist die immer noch ideal. Wo ihr auch noch drauf achten solltet, wenn ihr ein Laufband in der Wohnung aufstellt, ist eigentlich, dass ihr einen Raum wählt, wo eure Nachbarn nicht den ganzen Tag unbedingt verbringen. Ich sage mal, wir haben jetzt, darunter ist bei unseren Nachbarn jeweils ein Bürozimmer, also ein Arbeitszimmer. Da sind die nicht so häufig drin. Ich denke mal, das ist auch noch eine gute Wahl. Oder wenn ihr den Platz habt und es möchtet, im Schlafzimmer aufstehen wollt, weil da ist man ja auch tagsüber in der Regel nicht drin, dann ist es für die Nachbarn auch schon schonender, wenn ihr es jetzt in der Mietwohnung oder so betreibt. Also es ist eine Utopie zu sagen, wenn ihr ein Laufband in der Wohnung habt und legt da so eine dünne Schallschutzmatte drunter, dann würden eure Nachbarn nichts mitkriegen. Das stimmt einfach nicht. Lasst euch da auch nichts erzählen. Solange ihr da zu christlichen Zeiten lauft, wo jetzt eure Nachbarn auch in der Hausarbeit involviert sind und so weiter, ist das überhaupt kein Thema. Und wie gesagt, meine Nachbarn haben noch nie, ich glaube, die wissen gar nicht, dass ich ein Laufband habe, weil sie es einfach noch nicht mitbekommen haben. Und von daher ist das wirklich eine sehr empfehlenswerte Konstruktion. Und wenn ihr da ein bisschen Bedenken habt oder so und sie schont natürlich auch noch eure Oberfläche, dann baut euch sowas. Kann man selber bauen. Die Materialien gibt es im Internet. Die Platte kann man sich im Baumarkt auf Maß sägen lassen. Die Teppichfliesen, die ich drauf habe, die passen auch ideal, weil die einfach die 50 mal 50 sind. Die passten perfekt da drauf und so habt ihr das Ganze schön sauber und schön schallisoliert und entkoppelt in eurer Wohnung oder Sportzimmer irgendwo stehen. So, hoffe ich konnte euch ein bisschen helfen. Gebt mir gerne einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefällt. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.